Was ist dir heilig? Okay, heilig ist für mich, wenn ich im Einklang mit der Natur, der Umgebung und mit den Menschen bin, also ein friedliches Zusammensein und innere Ausgeglichenheit. Na ganz gut, eines mal Familie. Was ist dir heilig? Meine Familie. Was ist Ihnen heilig? Ja, ein ruhiger Tagesbeginn, ein ruhiger gesetzter Tagesbeginn. Das ist mir heilig, damit man Kraft und Ruhe und Gewicht findet für das, was einem am Tag bestürmt. Dankeschön. Das ist wichtig. Ja, was ist mir heilig? Also heilig im Sinne von besonders ist mir natürlich sozusagen meine Frau, würde ich sagen, meine Angehörigen und meine Beziehung zu Gott, also das, was Gott für mich bedeutet. Das ist mir heilig. Was ist Ihnen heilig? Alles ist mir heilig. Ach, unser Ding? Ja, wirklich alles. Gott ist mir heilig. Meine Freundin. Was ist dir heilig? Was ist dir heilig? Eine Zeit mit meinen Kindern. Bei mir ist meine Familie heilig. Das liebigen Sie... Was ist mir heilig. Doch, warum war? Whereas weniger in der Bestage der appelle, ich bin ein Energieger something, sagte zu Avlv ihr vom Rohrö Hinش max, das war sehr, sehr bald, das war natürlich ein Tragan��chen also zum Spruch an. Das war so schön.